Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 67.000 US-Dollar knapp, wir haben einen neuen Pump gesehen. Wir sind leider immer noch nicht in das Korrektur-Level bei 61.000 bis 58.000 US-Dollar hineingefallen, aber die Chance besteht immer noch, deswegen bin ich immer noch nicht extrem bullish. Wir sind natürlich weiterhin auf Daily-Sicht, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, weiterhin in dieser Range, die wir seit März gebildet haben. Das heißt im Endeffekt, seit März hat sich nichts geändert, außer dass wir immer in dieser Range akkumulieren und pumpen und dumpen. Wie das jetzt möglicherweise kurzfristig über das Wochenende aussehen könnte, das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Wir werden auf Ethereum gucken, wir werden auf Gold gucken, auf den Euro und nochmal auf dem S&P 500, aber nochmal mit einem anderen Chart, um vielleicht zu verdeutlichen, was uns möglicherweise bald vor der Tür steht. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir starten, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wenn ihr darauf Bock habt für Infos, Signale etc. kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wer das laden würde, dann kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Auch hier könnt ihr momentan viele Bonis abgreifen, ihr könnt außerdem alles traden, was wir hier besprechen, also vollumfänglich, ihr könnt staken, ihr könnt alles im Endeffekt dort machen. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung, außerdem unterstützt ihr mich damit. Würde ich mich drüber freuen. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin momentan bei 66.800 US-Dollar. Es hat sich eigentlich wenig getan. Wir hatten unsere Bearish Divergence, seitdem ging es da nach unten in Richtung 63.500 US-Dollar. Jetzt haben wir heute Nacht wieder am Pump gesehen. Volumen weiterhin auf 4H und auf 1H sehr, sehr gering. Wir ziehen uns mal hier vorsorglich noch das Flip-Level von unserem Top bis zu unserem Low. So, da sehen wir, dass wir jetzt mehrere Stundenkerzen zumindest mal über diesen kleineren Golden Pocket gelegt haben. Wie gesagt, volumentechnisch bin ich da jetzt nicht so Fan von und von den Divergenzen her gefällt mir das auch noch nicht so wirklich derzeit. Wir haben kein höheres Hoch auf 1-Stunden-Sicht bekommen. Wir haben zwar einen Wig drüber bekommen, aber keinen Stunden-Close. Das ist für mich schon mal das erste Anzeichen, okay, noch etwas vorsichtig sein. Trotzdem könnte sich daraus eine Chance ergeben. Und zwar, wenn wir Flip-Level vom jetzigen Stand ausziehen, wäre ein Rücksetzer bis knapp 65.000 US-Dollar gar nicht so verkehrt. Wir haben hier in der Vergangenheit, wenn wir uns einfach mal diese Linie hier ziehen, immer wieder Support gefunden, beziehungsweise auch Widerstandszone. Das heißt, wir könnten ehemaligen Widerstand wieder zu Support flippen und von hier aus dann, sage ich jetzt mal, bullisch ins Wochenende reingehen. Sollte dieser Support-Bereich dann aber jedoch brechen, ganz ehrlich gehe ich davon aus, dass wir weiterhin hier die 61.000 bis 58.000 US-Dollar auf jeden Fall sehen werden. Wir haben uns hier nochmal gerettet, sage ich jetzt mal. Wir haben kein tieferes Tief hier drüben gebildet. Wir hatten zwar diesen Wig hier auf 63.4, aber wie gesagt, kein tieferes Tief hier. Aber hier unten sammelt sich so langsam aber sicher auch ein bisschen mehr Liquidität, die es früher oder später meiner Meinung nach abzuholen gilt. Es könnte dann im Endeffekt der Katalysator dafür sein, das sollten wir hier oben dann durchbrechen, dass wir hier dann doch deutlich mehr liquidieren und dann nach unten hin eben die 58.000 US-Dollar abholen. Wir können uns mal die Funding-Rates gleich mal dazu angucken, wie die momentan ausschauen, ob wir mehr Long oder mehr Short haben. Da sieht es eigentlich momentan absolut neutral aus. Wir haben sogar teilweise Börsen mit negativen Funding. Also nicht zu viele Long-Positionen, momentan im Markt nicht zu viele Short-Positionen sieht gut aus, dass es im Endeffekt nach diesem kleineren, in Anführungszeichen, Dump oder kleineren Korrektur, die ich mir erhoffen würde für einen potenziellen Long-Einstieg, dann weiter nach oben hin geht. Es ist ganz, ganz wichtig immer zu sehen, auch wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt mega negatives Funding, ist die Chance einfach deutlich höher, dass wir einfach weiter nach oben steigen, um dann, sage ich mal, mehr Shorts zu liquidieren. Denn ansonsten hat sich hier im Chart eigentlich wenig getan. Wie gesagt, Daily Shards haben wir seit Monaten in der Seitwärtsphase. Es zählt eigentlich nur das und das ist eine riesige Akkumulationsphase. Die Frage ist nur, wie wird sich dann Bitcoin früher oder später auf lange Sicht entscheiden? Gehen wir nochmal unter 50k oder halten wir uns und brechen über die 70k? Wird sich zeigen. Ansonsten Ethereum auch hier im Endeffekt das gleiche Spiel. Wir hatten zwar hier nochmal das tiefere Tief bekommen, hat mir aber gestern ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich gefallen, weil ich eigentlich gehofft habe, wir gehen erst hoch, bevor wir dann runtergehen. Den Plan lassen wir mal so ein bisschen beiseite, weil so richtig abgeschrieben ist er Meinung nach noch nicht. Ziel könnte jetzt aber auch hier erstmal sein, Erholung in Richtung Golden Pocket, beziehungsweise hier knapp drüber, 3360. Und dann eben nächster Dump, entweder hier um die Wicks zu füllen, weil hier hat sich einiges angestaut. Zwar schöne Bullish Divergence, die sich hier gebildet hat, trotzdem nicht wirklich geil und dann nächstes Ziel wären hier die 3000 US-Dollar, wo wir hier die nächste Liquiditätszone haben, beziehungsweise die nächsten Make-or-Break-Point. Das könnten wir mal ein bisschen im Auge behalten, ansonsten das lassen wir mal ein bisschen beiseite. Die Bullish Divergence habe ich gestern aber auch ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich hätte mir ehrlich gesagt lieber einen doppelten Boden gewünscht, aber gut, man kann nicht alles haben. So, ansonsten Altcoin-Markt relativ im Plus, XRP, Chainlink und sowas, alles eigentlich momentan immer noch in sehr, sehr guten Kaufzonen. Vor allem Matic bei 50 US-Dollar sind oder gestern nochmal 48 US-Dollar sind, ist auch wieder in der Kaufzone. Also könnte sich auch nochmal wegen Altcoins oder sowas, wer da momentan interessiert ist, könnte es sich bei einigen noch einmal lohnen. So, ansonsten Gold hat sich auch nichts getan. Ich warte hier weiterhin auf unseren kleinen Wick, der sich hier noch ergeben könnte. Ansonsten passt, wir sind hoch zu Pivot nochmal gekommen. Jetzt noch runter Richtung 2350 US-Dollar wäre momentan Best-Case-Szenario für uns, dass wir hier unten dann im Endeffekt unsere Long-Position reinhauen können. Und dann auch das Risiko, wie gewünscht oder wie wir es gestern gesprochen haben, auf 1% senken könnten. DAX, keine Änderung, wir sind ins Golden Pocket reingekommen. Das heißt, hier wurde jetzt zweiter Take-Profit gehittet. Das ist schon mal gut, nachdem wir hier ins Golden Pocket reingekommen sind. Also herzlichen Glückwunsch für den zweiten Take-Profit. Den dritten werden wir wahrscheinlich dann irgendwo hier unten bei 17.700 Punkten machen. Jetzt erstmal die Erholung, so wie wir es gestern gesprochen haben. Also das sieht im Endeffekt gar nicht so schlecht aus. Wenn wir das FIP-Level mal ziehen, passt perfekt. 18.400 Punkte wäre dann das Erholungslevel bis Luft 18.500 wegen diesem kleinen Gap auf 1-Stunden-Sicht. Da könnte man dann vielleicht sogar nochmal verdoppeln auf Ursprungsgröße und dann vielleicht den nächsten Gag nach unten hin mitnehmen. So, warum? Ah ne, komm, wir machen noch kurz einen Euro. Euro eigentlich unverändert, tut sich nichts. Immer noch erste Take-Profit, Stop-Loss, Entry. So, jetzt komme ich zum S&P 500. So, warum denke ich, dass wir noch eine Korrektur sehen werden? Denn einerseits, die Märkte sind überhitzt. Wir haben jetzt schon beim S&P 500 die erste Korrektur gesehen. Leider, auch hier muss man sagen, wir sind nicht ins Golden Pocket reingekommen. Es wäre echt perfekt gesehen. Wir sagen jetzt mal, von unserem Top bis zu unserem Tief haben wir die ersten 5% nach unten hin schon gesehen. Leider, wie gesagt, Trade nicht abgeholt worden. Nur auf dem Pivot und nur aufs 0,5er. Eigentlich schade, weil wir dann im Endeffekt hier oben noch die Ineffizienz gefüllt haben. Ist egal, tut jetzt nichts zur Sache. So, dieser Chart ist schon mal einerseits bearish, weil wir hier seit Monaten in einem, oder seit Jahren besser gesagt, in einem Aufwärtstrend sind, der mir nicht wirklich wirtschaftlich etc. pp. gefällt. Ich meine, ihr kennt das ganze Spiel seit Oktober 2023 oder eigentlich länger. Wenn wir da mal zurückgehen, seit Oktober 2022 geht es hier eigentlich nur in eine Richtung, die ist nach oben. Mit kurzen Zwischenkorrekturen. Das gehört natürlich dazu. Alles human, alles schön und gut. Gut, aber es gibt auch noch einen anderen Indikator und zwar, das ist der Volatilität-Index. Und da gehen wir mal auf den Daily-Time-Frame. Und dieser schlägt immer sehr aus, beziehungsweise ist momentan in so einem kleinen Downtrend seit 4 Jahren. Seit unserem Corona-Crash geht es hier bergab mit diesem Index. Dieser ist aber momentan wieder an der Spitze und erreicht immer seinen Höhepunkt, wenn die Korrektur am höchsten ist. Und deswegen habe ich euch jetzt gerade noch mal den S&P 500 gezeigt. Ihr kennt es damals, Corona-Crash hat jeder noch seinen Chart oder sowas in den Ohren. Und da seht ihr selber, das ist der Volatilität-Index. Am Tiefpunkt damals hat auch dieser Volatilität-Index, wenn wir uns den nochmal angucken, auch sein Top erreicht. Und das war hier oben. Und momentan, auch hier lohnt sich vielleicht mal ein Blick in den Chart, sind wir hier eben seit Monaten oder seit Jahren besser gesagt in einer Abwärtsbewegung, die aber jetzt wieder sehr, sehr interessant werden könnte, weil wir eben hier gerade am Testen sind. Wir haben die mehrmals schon getestet, sind nicht drüber gekommen. Dies könnte sich aber bald ändern und das dann auch zu einer größeren Korrektur führen. Und ich hole es mal noch ein bisschen weiter aus. Ich habe es vor zwei Tagen, glaube ich, in die Telegram-Gruppe reingeschrieben. Meine Theorie war immer, wer sich daran erinnern kann an das Neujahrs-Video oder mein Ausblick für 2024, die Wirtschaft wird nicht crashen, weil im Endeffekt, wenn Biden antritt, würde er keinen Scherbenhaufen sich selber hinterlassen wollen, beziehungsweise würde er die Wirtschaft nicht crashen lassen, weil es ja die Umfragewerte schadet. So, jetzt haben wir aber keinen Biden mehr in der Hand. Jetzt haben wir ein Duell, Harris gegen Trump. Biden kann es furzegal sein, was mit der Wirtschaft passiert. Wenn die Wirtschaft im Arsch ist, einer von beiden muss sich kümmern. Man kann vorher Geld rücken, man kann nachher Geld rücken, je nachdem, wer dann im Amt ist. Und das kann ich mir momentan eigentlich auch als Variante B weiterhin vorstellen, dass wir möglicherweise einen riesigen Dump sehen werden, während den Wahlen bis zu den Wahlen und dann, wenn gewählt wurde, dass wir dann massig Geldflut kriegen, die uns dann den Bullrun für 2025 bringt und dann wirklich diesen riesen, riesen Crash, der uns dann bevorsteht aufgrund Wirtschaftskrise etc. pp. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Das sind nur meine zwei kleinen Worte auch zu dem Chart. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, ich habe diesen Chart nicht gefunden. Es hat jemand anderes gefunden. Ich habe es irgendwo auf Twitter oder so auf X gesehen. Da habe ich es kopiert. Aber trotzdem, sehr, sehr interessanter Chart. Schaut euch das gerne an. Denkt ein bisschen über die Theorie nach. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Und ansonsten, lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, Bingings anmelden. Und dann war es von mir. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Sehr gut.